ja hallo liebe leute herzlich willkommen zu meinem let's play out last ich frage mich an dieses spiel einmal ran ich wollte euch etwas über den vorgang sagen wundert euch nicht ich bin nicht unhöflich weil ich mich weil ich euch nicht begrüße und euch nicht verabschiede das ganze ist ein stream schrägstrich folgen projekt deswegen habe ich die folgen einfach so zwischendurch aufgenommen während der stream gelaufen ist ja so ist es und nicht anders also genießt trotzdem die story danke fürs zuschauen euer fungamer